Thema dieser Einheit ist Biotechnologie, Enzyme im Alltag. Die Überschrift könnte auch lauten Enzyme, die universellen Werkzeuge. In der Biotechnologie werden entweder bestimmte Mikroorganismen eingesetzt, um deren enzymatische Fähigkeiten zu nutzen, oder die entsprechenden Enzyme werden in Reihenform für die Anwendung produziert. Die Anwendungsmöglichkeiten für diese biologischen Werkzeuge sind vielfältig. Eine Anwendung ist tief in der Geschichte des Menschen verankert. Die Möglichkeit, stärkerhaltige Lebensmittel zu vergären. Das Ergebnis ist Alkohol. Die Arbeit erledigt eine Hilfe. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung, zu Hause. Vielen Dank. Vielen Dank.